Wir haben ein paar Serien! Ich möchte euch den Kämpfer kurz vorstellen. Der Kämpfer aus dem Raunecker dreht hier rot-schwarze Hose. Er ist 1,74 m groß und mit 2,60 m lang schräg. Er kommt zu uns mit einem Kampfbilanz von 2 Siegen. Beide Sieg durch das Mission-Opera-Aufgabe. Gegenüber einer Niederlage. Er trainiert im Playteam Settetien. Fotos, Prachtricht, grüßen Sie bei mir. Lucas Remandes! Er kommt aus dem Rotterdeck. Er treibt hier schwarze Hose mit einem weissen Hund. Er ist 1,68 m groß und die Zahl mit 64 m lang schräg. Er kommt zu uns mit einer Kampfbilanz von 2 Siegen. Beide durch K.O. Gegenüber einer Niederlage. Er repräsentiert das Team. Alles klar! Er kommt aus Zürich. Wer grüßen Sie mit mir? Lionel Vasi! Del 45 Jeput. Der Tag, nach dem Cicisierung hier ist, der Tag, über 30 m lang anatomy Jahreей Niedern. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR